Hallo Freunde, welcome to my channel. Heute gibt es wieder mal ein Grillvideo. Wir haben ja nur einen Gasgrill, den Napoleon. Und heute versuche ich das erste Mal normal zu grillen. Jetzt haben wir den Spieß gegrillt. Jetzt versuchen wir es nochmal. Wir haben hier Schweinefleisch, Gewüse und Kartoffeln. Das wird den Kartoffeln spannend werden, denn ich denke, der müsste lange oben bleiben. Aber wir machen einen Versuch und schaut uns einfach zu. Ja, fangen wir mit den Kartoffeln an. Das Gerät ist einmal vorgeheizt. Jetzt schmeiße ich da die Kartoffeln auf diese Gussplatte. Schaut euch das mal an. Die habe ich extra gekauft. Das ist ein Zubehör, das passt exakt da rein, genauso wie der Rost. Und vorgeheizt. Da schmeiße ich jetzt einmal die Kartoffeln drauf und dann schauen wir, ob sich die da oben wohlfühlen. Jetzt ist es an der Spätten ein bisschen schöner zuordnen. Jetzt gebe ich es einmal rauf mit dem Plastik und mit den Metallzangen, dann wird es schön ordnen, damit da jeder die gleiche Chance hat, warm zu werden. Riecht sehr gut. Es ist vorgewürzt mit Zwiebel, Knoblauch und Olivenöl. Ich glaube, das sollte ziemlich gut schmecken. Aber wie gesagt, das ist nur ein Versuch. Haben wir noch nie gemacht. Kann auch schief gehen. So. 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 Ein Stück kann man noch. So. 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 Und jetzt geben wir das Lash rauf. So. 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 Und jetzt geben wir das Lash rauf. So. 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 Das Fleisch sowieso. Sieht doch gut aus. Schön, dass ihr es so gesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben geben. Nicht nur einfach zusehen, einfach Daumen nach oben. Danke, ciao und auf Wiedersehen.